Es freut mich einfach riesig, dass wir das jetzt so in diesem Zeitplan mit so einer Pumpplanung hinbekommen haben. In den nächsten Tagen werden diese Stahlteile, die wir jetzt hier sehen, tatsächlich noch miteinander verbunden, verschweißt. Da ist noch ein bisschen Arbeit dran zu machen. Dann muss natürlich der weitere Ausbau für die Brücke erfolgen, wo Sonenschutzarbeiten fertiggestellt werden, die Abdichtung drauf, Asphaltarbeiten, Närmenschutzwände aufgebaut, Fahrzeugrückhaltesysteme auf die Brücke, sodass wir Ende dieses Jahres davon ausgehen, dass die Brücke fertiggestellt ist. Wann dürfen wir darüber fahren? Das ist derzeit geplant für Ende Januar. Ist ein bisschen witterungsabhängig, Asphaltarbeiten in den schlechten Jahreszeiten. Wir werden sehen, aber das ist der Plan. Ende Januar endlich wieder den Lkw-Verkehr. Über die Brücke schicken. Also für den Rückbau der Schlegseilbrücke, was tatsächlich in Europa noch nie gemacht wurde, es ist auch ein sehr spannender Vorgang, haben wir ein Jahr konzipiert. Wir müssen aber auch die Unterbauten alles entfernen, um dann Platz für die neue Brücke zu schaffen. Und dann werden wir danach eben die neue Brücke dort begonnen. Da haben wir im Moment auch eine Bauzeit von drei Jahren konzipiert, sodass wir davon ausgehen, dass wir Ende 2027, Anfang 2028 hier wirklich beide Brücken stehen haben. Das ist das eigentlich passiert, dass wir sie nicht aufgehen sollen. Schäuze dafür sind auch krähig. Also sehen wir uns für die Unterbauten, alsofkusen von drei Jahren konzipiert. Die Unterbauten wird das erste Mal aufgebaut. Und dann wird das zweite Mal aufgebaut. Vielen Dank.